Musik Wenn man zu Hause für das kabellose Internet nur mit dem Router arbeitet, ist die Leistung nicht immer optimal und es kann sogar zu Funklöchern kommen. Abhilfe arbeitet der Marktführer Devalo mit dem Mesh WiFi 2. Ein neues Produkt, das ultraschnelles kabelloses Internet mit voller Leistung und einer stabilen Verbindung im ganzen Zuhause ermöglicht. Die Installation ist ganz einfach. Die verschiedenen Einheiten funktionieren per Plug & Play. Den ersten Adapter verbindet man mit dem mitgelieferten Netzwerchkabel mit dem Netzwerchanschluss des Internetrouters. Dann steckt man ihn in eine freie Wandsteckdose. Anschliessend kann man den weiteren Adapter in anderen Räumen einstecken und die Verbindung wird automatisch aufgebaut. Die Einheiten bauen zusätzlich über die sogenannte Powerline-Technologie über die Stromnetze eine Gigabyte Netzwerchleitung auf. So kommt das schnelle Internet auch durch Wände und Decken durch. Dann errichtet der Adapter ein eigenes, vom Router unabhängiges Mesh-WLAN, welches sehr leistungsfähig ist. Das WLAN am Router sollte man dann ausschalten. So können zuhause bis zu 100 Endgeräte gleichzeitig im WLAN verwendet werden. Und im Gegensatz zu klassischem WLAN kann man sich auch ohne Probleme in den verschiedenen Räumen bewegen. Zum Beispiel über Videotelefonie, ohne dass man Leistung einbüsst. Das System gibt das Endgeräte automatisch und riefelstärkste Zugangspunkte weiter. Praktisch, falls man an der gleichen Steckdose gleich noch etwas anschliessen will, haben die Einheiten selber zwei LAN-Anschlüsse und eine Steckdose eingebaut. Und dank der einfachen Installation kann man das Heimnetzwerk von Devalo bei einem Umzug auch ganz einfach mitnehmen und im neuen Zuhause weiter nutzen. Erhältlich sind entweder ein Kit mit zwei oder einer mit drei Adapter. Die Devalo Home Network App zur Verwaltung vom Heimnetzwerk gibt es gratis für iOS und Android.